So, da bin ich schon wieder. Keine 20 Meter weiter. Pass auf, ich drehe mich jetzt langsam mal um. Schalte ich das mal an. Seht ihr den Hubschrauber, der über den Copacabucana fliegt. Die Strände werden mit Hubschraubern überwacht. Nichts passiert. So, aber ich laufe jetzt mal meinen Bruchsicherheitsweg hier weiter an den Schienen lang.